Ich bin jetzt nicht gut drauf, das macht mich furchtbar fertig, dieses ganze Konzert. Meine Frau meint, ich wäre gut. Ich finde es unglaublich beschissen. Dass wir zusammen auftreten, das ist natürlich Konstantins Idee, weil er ist so ein Mensch. Ich bin ja so ein Eigenbeutel. Ich bin ja erst mit 50 in die Provertät gekommen. Ich war erst aus Bayern, einer, der aus Bayern kommt, da konnte man sich gar nicht vorstellen, dass man überhaupt politisch denken kann. Dann war ich kurzhaarig und hatte Bodybuilding damals gemacht. Ich habe auch noch Klavier gespielt, das hat damals auch nicht so bestimmt. Denn Hannes Tuvasian, der Idealtyp des linken Sängers. Ich meine, im Ideal war so minimal zu sein, dass mir schon sechs Deiten auf der Gitarre zu viel waren. Konstantin ist genau das Gegenteil. Und das war mir gar nicht sympathisch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir unter unseren verschiedenen Mänteln, wie wir alles behandeln, eigentlich das Gleiche wollen. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir nicht auf einer Bühne zusammenstehen. Vielen Dank.